Hallo Leute, hier wieder eure Zuschauerwitze und danke für die ganzen Einsendungen. Sagt der Patient zum Doktor, Herr Doktor, ich komme mir so überflüssig vor. Sagt der Doktor, der Nächste bitte. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Was ist gemein, einen Blinden eine Kinokarte zu schenken, was ist fies. Wenn es ein Stummfilm ist, oh ja, das ist wirklich fies. Fragt die Frau, hi Rüdiger, kannst du bitte den Rasen mähen? Darauf Rüdiger, nein, sehe ich aus wie ein Gärtner. Und geht daraufhin kurz zum Freund und kommt zwei Stunden später wieder und wundert sich, weshalb der Rasen so schön gemäht ist. Und fragt die Frau, warum es so aussieht. Darauf die Frau, das war der Nachbar. Dann der Mann, aber was wollte er? Äh, entweder Kuchen oder Sex. Darauf der Mann, und du hast ihm Kuchen angeboten. Darauf sieh, sehe ich aus wie ein Bäcker. Oh, oh, hätte er mal den Rasen gemäht. Ich lasse den Horrorclown ganz bestimmt nicht ins Haus. Lass sofort meine Mutter ins Haus. Ja, die liebe Schwiegermutter. Was ist das stärkste Tier der Welt? Der Muskelkater. An die Frau, die immer nachts so laut an meine Tür klopft. Tut mir leid, ich lasse dich nicht raus. Was ist weiß und fliegt nach oben? Eine behinderte Schneeflocke. Was ist weiß und ungesund? Und kann fliegen? Biene Mayo. Wie nennt man eine Hexe in der Wüste? Sandwich. Was wird beim Trocknen nass? Das Handtuch. Wohin fliegt eine Wolke, wenn's bei ihr juckt? Zum Wolkenkratzer. Oh, flach. Das war's auch schon. Danke für die ganzen Einsendungen. Am nächsten Sonntag soll es wieder deine Mutterwütze geben. Dazu ist der Einsendeschluss der Donnerstag. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.